Nun kommen wir zu den letzten sechs Starten in dieser zweiten Abteilung. Wir sind in der Klasse 11 Einschneidung im Preis der Firma Karl Post aus KG aus Grefland. Im Parcours der 13-jährige Hannoveraner war nach Elgin, Kopfnummer 471, vorgestellt von dem hier im Plan von für den Reiterfeil in den Hoffeld. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020